Und da sind wir wieder bei Bully die Ehrenrunde. Wir sind jetzt hier in der Schule und wollen auch gleich die nächste Mission machen und ein bisschen Hilfe 2, Kinokarten, Preps heraus, wir machen einfach mal die Preps Herausforderung. Das hatten wir komplett hier noch gar nicht. Und dann wollen wir mal schauen, was das ist. Schule schließt um 19 Uhr, dann verlassen wir auch schnell das Schulgebäude. Das hatten wir eh vor. Und wir schauen auf der Karte, wo wir hin müssen. Wir müssen also in die Stadt. So, ist hier noch das Fahrrad, oder? Ne, anscheinend nicht. Schade. Na gut, fahren wir halt kein Fahrrad. Vielleicht können wir uns irgendwo noch mal ein Fahrrad besorgen. Ich weiß es nicht. Ja, Lauf über die Straße, Johannes ey. So. Preps Herausforderung ist hier rechts gleich irgendwo. Hier drin scheint jetzt, oh, hier steht auch ein Fahrrad. Damit kommen wir dann eventuell zurück. Was ist das denn hier im Boxring? Die Hausherausforderung ist hier drüben irgendwo. Der Box-Tournament, wenn ich mich nicht verlesen habe. Okay, da stehen wir auch schon direkt im Ring. Dann wollen wir mal gucken, was wir gelernt haben. Bäm. Komm, schlagen wir einfach mal zurück hier. Komm, machen wir ihn fertig. So lange er ja nicht ausweicht, sind wir noch immer gut dabei. Ab in die Ecke. Oder auch nicht. Komm, den haben wir gleich. Bäm. Oh, der ist ja noch gar nicht fertig. Okay, das geht nach Zeit. Komm, jetzt machen wir ihn schon kurz fertig hier. Das kann doch nicht so schwer sein. Bäm. Oh, der ist ja immer noch nicht fertig. Was soll denn denn das? Ich sollte vielleicht mal lesen, was da gleich steht. K.O. Geht doch. Gewonnen. Ach, das geht direkt weiter. Oh Gott. Das will wir denn durch. Ich muss einfach nur zuerst treffen. Okay, der ist schon besser. Der weicht auch aus. Komm. Ich muss gewinnen. Oh, da hat er uns wieder erwischt. Aber ach, da sind wir wieder im Zug. Oh Gott. Der ist tatsächlich besser auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja komm. K.O. Und gewonnen. So, muss ich nochmal oder ist jetzt vorbei? Hm. Noch einer. So, First Hit ist auf jeden Fall unserer. Na, der weicht doch bestimmt auch gleich aus. Der kann doch nicht schlechter sein wie der eben. Na, da hat er auf jeden Fall was versucht. Komm, hier. Zack. Bäm. 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 Ja, schon im roten Bereich. Dann haben wir ihn auch gleich. Bäm. K.O. So, drei. Das reicht doch jetzt auch. Ja, sehr schön. Was haben wir ein neues Haus gewonnen? Gucken, was wir damit machen können. Ja. Mhm. Am Leuchtturm also. Hier können wir also speichern. Ein neues Outfit haben wir auch. Schauen wir mal, was wir damit sollen. Wir wollen jetzt zurück. Dann soll man doch auch Bus fahren können. Da wollen wir uns doch mal gucken. Okay, hätte ich gewusst, dass die Bushaltestelle so weit weg ist, wäre ich zu Fuß gegangen, das wäre schneller gegangen. Ist das B überhaupt die Bushaltestelle? Schauen wir mal. Oh, anscheinend schon. Schulbus. Der Schulbus kommt natürlich gerade, genau dann ohne Fahrer natürlich auch. Wenn wir ihn hier brauchen. Was denn auch sonst? Wenn wir hier schon unterwegs sind, dann nutzen wir die letzte Zeit nochmal aus. Und hier hinten holen wir bei den Landstreichern nochmal die... Wir haben doch so ein Transistor-Ding gefunden, dass wir da den neuen Move lernen, hoffentlich. Schauen wir mal. Ab durch den Schulbus. Und da ist es... Ein bisschen Hilfe 2. Und da ist es... Ein bisschen Hilfe 2. Achso. Na. So holen wir den also von den beiden. Noch was? Das muss man sich auch noch alles merken, ey. Im Kampf werde ich das meiste wahrscheinlich eh nicht anwenden, weil ich gar nicht mehr weiß, wie das geht. Okay. Über den Rasen bremst man auch, wie es sich gehört, auch ziemlich ab. Der Tag ist vorbei, dann wollen wir mal schnell zum Schlafsaal. Ich weiß gar nicht, ob wir den Gary da nochmal treffen. Der uns ja so ein bisschen hintergangen hat. Und nochmal einen Chemiebaukasten. Und nochmal einen Chemiebaukasten. Boah. Schnell raus hier. Ich muss da auch gleich schon die nächste Stunde losgehen. Wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir ja auch eine neue Stunde freigeschaltet. Oh. Achso. Wir können da jetzt Jobs machen. Okay. Geldprobleme haben wir gerade nicht. Na gut. Schauen wir mal, was wir heute für Unterricht haben. Ne. Du brauchst keine Hilfe jetzt. Schauen wir nochmal ein schwarzes Brett, bevor der Unterricht losgeht. Äh. Wer Mädchen schlägt oder bläst sie. Achso. Jetzt kennen wir schon. Nein. Achso. Und dann sind wir auch schon um. Dann gibts da also nix neues. Ne. Die brachte uns. Achso. Die laufen schon ins Klassenzimmer. Immer diese Streber. So. Wo haben wir denn jetzt Unterricht? Wir müssen nach draußen. Okay. Was haben wir denn da jetzt? Haben wir jetzt nicht wieder Sport oder? Och. Nö. Nö. Das ist gar nicht Sport. Klettern wir mal schnell hier rüber. Was sind das? Hier haben wir auch noch nix. Arbeitslehre. Okay. Okay. Führen die entsprechende Edition aus, wenn ein Symbol erscheint. Alles klar. Huh. Geh mit der Maus habe ich jetzt nicht gerechnet. Du aber. Maus. Ich dreh die Maus doch. Was wollen die denn von mir? Oh. Oh. Diese Maus-Movements da. Die finde ich immer total ätzend. Ich hab die Maus auch noch gar nicht angefasst. Ah. Oh. Das haben wir schon mal vergeigt. Das müssen wir das nächste Mal dann halt nochmal machen. Ähm. Oh. Ich hab ja eben gesehen. Man kann anscheinend Jobs machen. Das machen wir doch einfach mal. Wo sind denn die Jobs? Die sind. Nicht auf der Karte. Achso. Doch. Auf der Karte. Wo müssen wir denn da ganz hin? In die Stadt wieder zurück? Haben wir da gar nicht zwei Jobs gehabt? Wo auch immer der jetzt hin ist. Na ja. Das soll uns nicht stören. Geh weg da. Können wir uns jetzt eigentlich einschleimen? Huh. Hey. Dann hab ich noch Blumen. Ne. Schade. Aber. Was haben wir gelernt? Man kann ja anscheinend hier irgendwo Blumen pflücken. Man sollte sich. Hab ich da irgendwas gesehen? Ein Gummiband. Ja. So. Hier darf ich ja keine Blumen pflücken. Da muss es ja hier irgendwo welche geben. So. Rüsten wir uns gleich mal mit ein paar aus davon. Ok. Ist alle. Gibt es hier noch mehr? Ne. Dann versuchen wir das ganze doch gleich nochmal. Aber nicht mit den kleinen hier. Da vorne ist noch eine. Wie wäre es mit Blumen? No. Dann kriegen wir auch gleich noch Energie zu irgendwie. Ne. Anscheinend. Nicht. Achja. Wir haben ja schon wieder Unterricht. Ok. Dann machen wir den Job das nächste Mal. Laufen wir schnell rein. Mal schauen was wir jetzt haben. Wir müssen nach oben. Da hoch. Da in der Ecke. War das nicht Englisch? Oder was hatten wir hier? Ne Kunst. Fotografie. Das ist dieser neue Unterricht den wir haben. So. Wo sind denn die anderen Schüler? Achso. Ich dachte er darf jetzt die Lehrerin fotografieren. Entschuldigung. So. Huch. Ne. Das war falsch. Achso. Da können wir jetzt auch ranzoomen. Foto machen. Zurück. Nummer 1. Achso. Wir haben wieder nur eine begrenzte Zeit. Na die hängt natürlich auf der anderen Seite. Natürlich doch. Äh. Zack. Muss ja nicht hübsch sein. Hauptsache wir haben irgendwas gemacht. Schauen wir schnell hier weiter. Machen wir unsere Runde vollständig. Wo ist denn da die Fahne? Hier hinter direkt. Okay. Da ist sie ja. Achso. Jetzt habe ich schon wieder die Waffe getauscht. Wo ist die nächste? Die hängt hier vorne gleich am Gebäude oder was? Muss ich hier rum? Ich weiß gar nicht. Was ist denn hier? Da waren wir glaube ich auch noch gar nicht. Harrington House. Okay. Hier sind die Preps anscheinend. Und zack. Und eine noch. Mal gucken. Kommen wir da. Ach doch. Hier waren wir doch schon. Ich erinnere mich an den Hund. Oh. Schnell rüber da. Oh. Ein Gummiband haben wir auch noch gefunden. Und hier ist doch der Jungschlafs. Da ist eine Lücke. Okay. Das können wir anscheinend nicht aufheben. Da haben wir Feuerwerkskörper. Aber wir wollen jetzt hier oben. Da am Bild machen. Zack. Dann haben wir alle vollständig. Okay. Wird zum Klassenzimmer zurück. Ja. Das kriegen wir noch hin. So. Und wieder ab nach drinnen. Ach. Wir haben noch voll ewig Zeit. Ey. Das sollte ja nicht das Problem werden. So. Treppe hoch. Ab in die Ecke. Und hinein ins Klassenzimmer. Da. Mhm. Okay. Na ja. So. Was kriegen wir dafür? Hm? Äh. Ganz großartig. Ein Fotoalbum. Das ist natürlich das, was wir unbedingt jetzt machen wollten. Na. Der kann mich mal. Wir haben den Fotokurs bestanden. Und damit machen wir auch hier Schluss für diese Folge. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hoffentlich. Bis dahin. Ciao.